Wenn es um das Erodieren und Fräsen von Werkstücken geht, sind wir für Kunden aus aller Welt seit 1996 an unserem Standort in Biedenkopf ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Egal ob Prototypen oder Serienfertigung, unser qualifiziertes 24-köpfiges Team arbeitet ganzheitlich und kundenorientiert. Wir entwickeln, konstruieren und fertigen Ihre Ideen. Zu unserem Kundenkreis zählen unter anderem Unternehmen aus der Automobilzulieferindustrie, dem Maschinenbau, der Forschung und der Luft- und Raumfahrttechnik. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.